hallo meine freunde hier ist wieder der zyklopenschreck und ich begrüße euch zu einer neuen folge weiter geht es hier eben im sommer der sechster tag im sommer unseren leuten geht es gut bishop erholt sich auch langsam von seinen verletzungen und wir können bald von einem neuen kühlhaus profitieren wenn die ganzen das jetzt hier endlich fertig gebaut kriegen hier wird auf jeden fall fleißig gehämmert und gehackt wir können sie mal dazu bringen das hier zu priorisieren damit wir da dann die kalksteinwand hinsetzen können so wie geplant ist auch schon kräftig anbauen das heißt er wird uns mit sicherheit gleich die kalkstein und man da auch noch hinsetzen was gibst du mir auf das ist doch mal richtig teamwork wie es im buche steht ist man die solaranlagen auch keine schlechte idee wir können schon mal das lager langsam wieder umsetzen das heißt wieder wie hier einmal die einstellung kopieren die einstellung einfügen und jetzt mit ausgewählter lagerzone das ganze hier immer erweitern ich muss halt jetzt mal hoffen dass sie erstmal in die richtung weiter baut das ist nicht die decke auf den kopf fällt bis dann hier unten hier alles falsch gebaut hat die decke noch drauf gesetzt aber jetzt wurde kalkstein macht uns die stütze fertig wenn sie jetzt hier oben die ecke auf macht können wir dann da kommt macht das als erstes dann können wir da auch anfangen die zweite das zweite kühling aufzubauen und reinzustellen sowie dann auch hier gleich auf strom dann zu verlegen das wird jetzt gelöscht wenig medizin wenig nahrung weil es halt eben nicht im lager ist das wird dann jetzt verschoben das ist halt jetzt zwar immer noch innen aber hier als jungen computer name sicher botze minese kontaktiert sich aus der nähe also man sieht die übersetzung sind immer noch nicht komplett deutsch aber der human computer ist halt jemand der sehr stark denken dass das heißt er wird wahrscheinlich sehr sehr viele punkte in forschung haben er wird von stammes mitgliedern der fraktionen die braunenmeersivschaft gejagt er fliegt um hilfe und bietet an der kolonie beizutreten er ist 43 jahre alter sei gewarnt wenn du andernst wirst du gegen die der laufende stammes wieder kämpfen müssen ich habe bot ist ein verwandter eines kolonisten er ist ohne sonst vater 43 jahren und vater na gut kommt wir retten ihn ich habe wird wir können noch mal gucken beim charakter er ist pyroman hätte ich mal lieber abgelehnt und wenn jetzt drei stück landbogen wurf späre knüppel ok wir werden also wahrscheinlich den mit dem bogen als erstes geburt kriegen müssen na gut für wie dem auch sei das eine werden wir auch abbauen wir werden sie hier postieren wir brauchen wir brauchen eigentlich werden wir wahrscheinlich alle brauchen wo ist tier tier baut hier ab wir werden dich hier oben brauchen mein freund komm ran lass mir ran da denn sie will ja dann haben wir hier noch den gibsen mit seinem kleinen stochermesser den werden wir auch benutzen in der hinterhand und ross naja ross wobei wir können dem ich habe wird bestimmt auch eine waffe geben müssen wir gucken welche von denen besser ist nahkampfschaden 8 2,16 nahkampfschaden 4 also ist der holzknüppel stärker und so kann er sich schon mal mit dem holzknüppel ausrüsten um dann eventuell mitkämpfen zu können wir haben ja schließlich ihn verfolgt hier ist aber etwas langsam komm 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 mein freund bewegt dich darüber gibts nie ich stelle euch mal hier dahinter äh nicht davor ok den haben so umgebracht jetzt wird hier weiter geschossen wir haben gibts nie und ich habe gott sich wieder zurücksetzen kann sein dass wir den sogar tot haben bevor er sich in die deckung setzt die deckung und ihr zwei geht am besten mal rein wir brauchen euch nicht mehr sind ja nur noch fremkämpfer so jetzt muss er aus seiner deckung raus und vielleicht ist das die chance ihm er wieder zum ab hat steht der ball schieß ihn ab ok er ist weg ok die sind alle vernichtet er hat seine wuffspeere da gelassen die nehmen wir auf jeden fall mit und für die zwei müssen wir dann auch wieder ein gräber ausholen wir gucken mal wie es bei ihm aussieht er blutet auf jeden fall schmerzenmittel vielleicht verletzt er sich noch und bleibt dann liegen dann können wir immer noch gefangen nehmen aber darauf würde ich mich jetzt erst mal nicht verlassen wir bauen auf jeden fall noch mal ein zwei gräber hin für die anderen beiden ich habe heute müsste ja eigentlich zahlen kannst du eigentlich in der waffen leben fernkampf diese komischen ausrüsten er geht spazieren er hat keine kleidung wir schauen mal was die grad haben das ist dann parker er hat hier nichts dann soll er mal den hier ausziehen und den parker anziehen naja gut eigentlich kann er die sind und kann dann hier die gräber ach ist kein bauch an weg das heißt er kriegt dann hier dieses zimmer und eben dahin das den kann man dann abreißen und er kann sich dann in seiner arbeit voll auf die forschung konzentriert dann braucht nämlich sie das nicht zu machen mal gucken ob wir den pyromanen irgendwie in griff kriegen da gab es ein kurzschluss aber das kann nämlich häufiger passieren deswegen umso wichtiger dass ihr alles ein bisschen verteilt bleibt es halt eben kurz dunkel so und den bischof den können wir jetzt versuchen anzuwerben nur hier umnäßan ist 43 jahre alt und ich habot mit 43 ist der vater ok 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 ich weiß wie das funktioniert deine mutter ist dein vater deine mutter ist dein vater hinzucht der allerfeinsten sorte so wir bauen auf jeden fall hier das ganze ein bisschen weiter aus so wie sieht es bei ihm aus blutet immer noch von dem stich blutet immer noch von dem stich man sollte die vielleicht einstellen dass sie als patient wirklich unbedingt mal ins bett gehen er blutet mir hier alles voll alles später wieder sauber machen mensch aber der ross der putzt schon ross mag kein blut ross mag kein blut ich glaube aber nicht der wird sich schon entfernt haben der ist hier wohl mit viel glück noch entkommen eine vorratskapsel mit stoffen und die schlacke die tragen wir dann auch rüber die forschung geht voran fehlt noch ein bisschen holz müssen wir wieder ein paar bäume fällen über die befehle vielleicht jetzt muss ich auf jeden fall gucken was ich hier strukturen kalksteinwand meine länder noch hinkrieg jetzt haben wir da gleich ein problem haben meine lady irgendwo sieht das man gerade hinbauen bevor es einstürzt damit ist das ganze dann sicher es gehen alle schlafen der bischof weiß nicht wer sich darum kümmert aufsehen naja gut dann macht ihn ja keiner muss auch nästan machen ihm dann zumindest das angebot geben bei uns zu bleiben der code bleibt weiterhin gefangen bis wir die möglichkeit haben ihn zu verkaufen und für ihn dann ein bisschen silber abzugreifen eigentlich genau einer den ich weg drücken würde hier ist aber auch einfach so dreckig hier müssen wir wirklich putzen die leute so ein gebiet die lagerzone noch mal erfüllen was wir da haben und dann gucken wir mal ob wir die vielleicht schon fertig kriegen ist ja nicht mehr so viel was da gebaut werden muss und versucht ihn zu überreden bei uns zu bleiben 1,1 prozent chance ist sehr sehr gering schildkröte frisst einfach die bären weg schildkröte frisst einfach die bären weg ok da haben wir dann die möglichkeit auch wieder kalksteinwände hinzusetzen zum halten der struktur ein verrücktes tier ein capyvara achso naja warum nicht so viel kann man dann bei bedarf jagen gehen rush hat keine lustig mit dem vier auseinanderzusetzen na komm wenn du zuerst eingreifst hast du vielleicht mehr chancen komm ross schafst du oh ross das ist tot das heißt du kannst weg und kannst jetzt erstmal ross retten also ross hat es nicht geschafft mit seinem messer so einen kleinen bieber umzuhauen gott bewahre naja er kommt ja jetzt in sein bett aber zum glück hier nur so tiere außer ihn halt er ist ein bisschen schwach auf der brust aber die anderen sind alles richtige tiere 3,2 prozent chance das ist hier das gebiet jetzt noch vollständigen dann brauchen wir auf jeden fall stromkabel die dann bis da nach oben führen und da bist du einer noch durch die mitte einigermaßen damit wir dann da von den möbeln auch ein paar lichter hin platzieren können man sieht schon hier drin wird es auf jeden fall kühler wenn jetzt hier oben das ding noch läuft und das stellen wir auch auf 19 dann funktioniert das und dann hier noch die kalt stand hin hier hat sich vollständig erholt der roster braucht wahrscheinlich noch ein bisschen wo ist er denn eigentlich wo ist ross wo ist ross oben arbeitet schon wieder alles verbunden einfach weiter gearbeitet ok ist ein harter hund und ich brauche definitiv wieder fleisch wir müssen die tiere töten das heißt wir suchen uns hier alpakas die wir dann umbringen können hier ist noch ein Affe der ist tot die nehmen wir noch mit ist hier unten noch irgendwas tot wahrscheinlich nicht so die fälle haben sie auch noch nicht aufgesammelt da war jetzt aber auch richtig viel zu tun nach den zwei angriffen die zwei können wir umbringen das viel kann man umbringen den panther würde ich jetzt nicht unbedingt umbringen die schildkröte ein bisschen die ratte die alpakas die cobra ja ja chinchillas und affen die gehen auch so das heißt sie ist jetzt erstmal genug beschäftigt damit jagen zu gehen und näsan mit ihrem jagdgewehr ja während sich die anderen dann darum kümmern das ganze hier weiter am laufen zu halten sieht auf jeden fall schon mal ziemlich gut aus wir haben auf jeden fall zwei lager das ist schon mal vorteilhaft zwei dinger noch abgebaut kriegen dann können wir da die stützen bauen und können somit schon mal das ganze expandieren ein bisschen das wäre halt einfach mal von vorteil wenn auch ein bisschen geputzt wird das heißt wir dürfen denen jetzt in der nächsten zeit nicht mehr ganz so viele aufgaben geben das bauen wir ab da steht ja schon das neue gibstens vater ist angekommen y 35 wie geht das gibst du denn jetzt ein jahr älter als dein vater also ich habe schon mit einem 60 jährigen gerechnet aber nicht mit so einem jungen vater naja egal wir werden ihm auf jeden fall eine unterkunft bieten das heißt wir bauen ratzfatz hier ein bett hin irgendwo aus holz das wir nicht haben naja er wird hier nicht sonderlich viel ruhe haben aber ein bisschen sie beschafft jetzt das holz hier wird gerade umgebracht vom panther auch ok schildkröte schläft im kalten kann man mal so machen und das wird dann jetzt ein krankenbett nicht für gefangene nur ein krankenbett und ist einer draußen der gibts nicht und geht die kreatur schlachten ok dann und naysan du bist ja eigentlich die jägerin dann gehst du ihn jetzt retten einmal quer über die ganze karte die schlacke die nehmen wir dann auch noch mit was hat er denn hier alles bruch, stich, schnitt, bruch na gut wobei hauptsächlich die die stiche und schnitte gefährlich sind tot in 14 stunden bis dahin haben wir ihn auf jeden fall gerettet und versorgt wobei das auch nicht unbedingt gesagt ist dass er bei mir bleibt nur weil ich ihn gerettet habe so erforscht er fleißig gibt es noch der pflege kochen wenn er im kochen fertig ist kann er eigentlich mehr reinigen als transportieren für den transport haben wir ja spicy eigentlich 5 prozentige chance wird also zeit dass ich dann doch weiter baue kibsten kümmert sich um seinen vater auf einer party luxuriös gemütlich schlechtes krankenhaus bisschen hungrig ohnmächtig vor schmerz hm er verhungert warum verhungert er? warum verhungert er? warum verhungert der Ishabod? gibt es gar keine nahrung hier ich habe doch grad gesehen wie die doch was gemacht haben die sind doch noch alle reif kippsten kommen sei mal dann so nett und äh ernste mal bitte erstmal damit man weiter kochen kann Epsilon schließt sich meiner Gruppe aaaaaah da ist auch ein computer wir gucken hier nochmal schnell durch aufforschung lahme ente rauschen interesse neurotisch ok das ist nicht schlimm das ist eigentlich gar nicht schlimm das ist wirklich gut Tiere nahe kam vielleicht das interesse sonst kann er gar nichts ach du scheiße habe ich nicht gesagt aber der kann halt einfach mal gar nichts der Mann der ist als Jäger eingestellt oh ich glaube nicht dass du jagen gehen kannst mein Freund das glaube ich mal weniger ja sicher bot sollte auch nur eine nahkampfwaffe also sind glaube ich meine zwei die Färbkampfwaffen haben der Epsilon tierpfleger ja darum kannst du dich kümmern dann muss das rost weniger machen das passt weil dann kann er sich da ja komplett raushalten denn der rost soll ja für mehr Feldarbeit machen eigentlich mit tier zusammen tier muss zu viel machen dann würde ihn ein bisschen unterstützen tierpflege tierpfleger muss er nicht auch noch machen der Isha bot der ist ja pur für's pur für's forschen zuständig und Epsilon kann ja theoretisch bestimmt als putzkraft helfen und Reinigung das riecht ja wohl hin und die Ratte aus ohne Entfernung zu erschießen und die Ratte aus ohne Entfernung zu erschießen ja schlaues Unterfangen oi jetzt sind dann noch mal ein bisschen sauber gucken wir dass wir hier weiter runter buddeln um die Häuser hier fertig zu kriegen wir wollen ja noch weitere Plätze für unsere Leute haben wir wollen ja noch weitere Plätze für unsere Leute haben auch wenn zwei davon fast nutzlos sind naja aber man kann sich sie nicht immer aussuchen manchmal kommt es wie es kommt und wenn ich den Vater ablehne dann werde ich mit Gibson noch mehr Probleme haben als ohnehin schon wie dem auch sei ich bedanke mich hiermit wieder fürs zugucken eine neue Folge ist wieder vorbei und wir sehen uns in der nächsten bis dahin alles Gute und Adios an